Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch zeigen, warum das rechtwinklige Dreieck ein so besonderes Dreieck ist. Das Ganze zeige ich euch einmal und dann machen wir es natürlich noch mit einer Rechnung. Was wir hierfür brauchen, sind ähnliche Dreiecke. Nun ist natürlich die Frage, ein rechtwinkliges Dreieck, was hat das denn mit ähnlichen Dreiecken zu tun? Ganz einfach. Alles, was wir machen müssen, ist eine Höhe einzeichnen. Jetzt haben wir außen ein rechtwinkliges Dreieck, wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck und hier. Das Ganze können wir veranschaulichen. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck und hier eins. Und um das noch besser zu sehen, schiebe ich die mal hier runter. Und das Besondere ist jetzt, die sind alle ähnlich. Das bedeutet, sie haben denselben Winkel. Können wir das gut sehen? So bedingt. Aber das Ganze können wir natürlich besser veranschaulichen, denn ich kann jetzt hindrehen, wie ich will. Das heißt, um das möglichst übersichtlich zu machen, ordne ich das rechtwinkliges Dreieck mal hier oben so an. Und dann sehen wir schon, das untere können wir nach oben schieben und es ist nicht gleich groß, hat aber dieselbe Form. Und auch dieses kleine Dreieck, wenn wir es jetzt einmal drehen und wieder, es hat nicht dieselbe Größe, aber dieselbe Form. Ups. Das bedeutet, alle diese drei Dreiecke haben dieselben Winkel, aber unterschiedliche Seitenlängen. Das bedeutet, sie sind ähnlich. Einfach genial. Ich schiebe das einmal wieder zurück. Und das ist jetzt das Schöne beim rechtwinkligen Dreieck. Immer, wenn wir die Höhe einzeichnen, dann halten wir drei ähnliche Dreiecke. Und da dies der Fall ist, haben wir beim rechtwinkligen Dreieck so Sachen wie Kathetensatz, Höhensatz oder sogar den Pythagoras. Wer hätte das gedacht? Und weil es so schön ist, das Ganze noch einmal mit einer Rechnung. Das bedeutet, wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Hier Alpha, Beta und hier oben 90 Grad. Und wir wissen ja, Alpha plus Beta plus 90 Grad ergeben 180 Grad. Die Innenwinkel eines Dreiecks. Wenn wir jetzt hier die Höhe einzeichnen, bleibt hier der Winkel Alpha. Hier haben wir 90 Grad. Das bedeutet, wenn wir uns das hier oben angucken, es bleibt nur noch Beta über. Und in diesem Dreieck, wir haben den Winkel Beta, hier den Winkel 90 Grad. Das heißt, es bleibt wieder hier oben nur der Winkel Alpha über. Und so haben wir gezeigt, dass die drei Dreiecke dieselben Winkel besitzen. Und damit sind sie per Definition ähnlich. Einfach genial. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann teilt es mit euren Freunden. Denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen. Und jetzt seid ihr dran. Kom cybersecurity und